Schulter kaputte, das gibts doch auch nicht Da oben Ich will doch nur hier Steine abbauen Kann man das hier nicht sehen Ach gut siehst mich da Guck mal sogar Man kann ja jetzt auch Fenster bauen Jetzt hab ich ja das erlernt Ich hab sogar ein paar Fenster mit eingebaut Ja Was auch schön ausschaut Ja auch ein schönes Haus Kommst du denn erzählen? Muss ich Gebe weg Gebe weg Ich muss deiner Nähe bleiben Das ist das einzige so was mich ein bisschen nervt Das ist aber nur bei Clan Ja das ist ein bisschen was Ein bisschen nervig ist Sind wir nicht im Clan dann Ja Nein darum geht sich das jetzt auch nicht Das ziehen ist nur ein bisschen nervig Weil so kann man nicht was der eine da Der andere da Gibt sich's mich schon wieder Da wollte ich gerade Steine ablege Entschuldige Steine ablege Ja Die Madame ja so unheimlich dolle braucht Ja Ja also Weil wir hier ein riesen Palace bauen Dann beschwere dich doch nicht Ja ich wollte aber auch Steine abbauen Damit ich auch XP kriege Damit ich halt ein bisschen mal Weil mich ja ansichern nicht Achso muss man sich erst ins Kiste So hier ist die erst ins Kiste Achso So und jetzt fangen wir mal an Wieder Dach Ich mach Dach Aber hättest du damit gerechnet Dass das Spiel dich so fesselt Mh ne das hätte ich jetzt nicht gedacht Mal so ein paar Aufnahmen so Mal so zum reingucken So ein bisschen gucken Weißt du Aber naja Schon echt gut Ja Aber das hätte ich auch nicht gedacht Also ich muss ganz ehrlich sagen Das ist ein guter Welches Spiel mich auch so gefesselt hat War Forrest Ja Aber gut da haben wir ja gesagt Dann machen wir noch ein bisschen Längere Pause Hab ich übrigens äh äh Bei mir hier äh äh Facebook hab ich gesehen Hier äh Weiß ich nicht ne Was ist vor einem Jahr passiert Im Februar 2016 Haben wir Forrest gespielt Also ich muss gar nicht wissen Da waren wir schon An Staffel 2 waren wir da schon mit Forrest Ich muss ehrlich sagen 2016 Cool Das ist Aber das Spiel fesselt aber auch Das darf man jetzt nicht vergessen Mhm Also ich würde das Immer noch Sehr sehr fesseln Und Darf mich vielleicht auch Bekloppt nennen Aber Sofort wieder anfangen Ja natürlich Aber Kleine Auszeit Mal so ein bisschen Nein um Gottes willen Das haben wir ja beide beschlossen Genau wie Darum geht sich das jetzt auch nicht um die Auszeit Sondern Bisschen mehr ne Neues kommen lassen Ein paar Updates ne Ich hab gehört Genau Soll jetzt auch ein Ende geben Da bin ich mal drauf gespannt Ja Und auch das waren jetzt wohl ne Waffe Ja ne Knarre oder so ne Mhm Also ich denke mal das Ende wird bestimmt ein Highlight Ja lass wir uns mal für irgendwann überraschen Ja Ja also noch Äh Haben wir eh eh so viel Projekte Weil das grad nicht reinpasst Genau 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 So Oh Nein wie Hau ab Schülern kuscheln oder was Nee Aber ich wollte Steiner sagen und das kommt Läuft jetzt wieder weg Nein aber ähm Das ist auch nicht schwierig das mich sehr sehr doll gefesselt hat Mhm Weil es echt super viel äh Bietet vor allen Dingen die hohen Höhlentüren Ach wohl auf die Höhlen hier bin ich auch sehr gespannt Ja Trau ich mich auch im Blick noch nicht rein so Und So genug wie ich hier bin Jawohl Ich glaub das dürften wir vielleicht mal für Im nächsten Müssen wir es auch wagen Naja sicher aber Weil wir haben nur keine erweiterten Fackern Da kann ich auch mal das Haus beleuchten Wär vielleicht auch mal sehr äh vorteilhaft nicht Hast du ein Viech gezogen? Irgendwas in unsere Häuser Hast du ein Viech gezogen hab ich gerade gefragt Hallo Nö 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 Ich weiß nicht Ich hab keine Kampfmusik Nö Ich muss das Haus hier beleuchten wollen brauchen wir verbesserte Fackeln und kriegen wir nur Wir Kohle im Ding Ja Kasselische Kohli Wo kriegt man Kohle, also gehts mal bitte Kohle ist unterirdisch wobei würde auch voll sinn machen wenn man die die das holz wird man hier verbrennt wird essen und so weiter flagerfeuer hat da holzkohle draus als endprodukt entsteht aber ich glaube aber gut dass das so geplant ist das einzige was vielleicht wäre dass du so ein ofenhaus wo du kohle also aus holz noch kohle her kriegst ja das gibt es vielleicht mal gucken weiß es nicht also es ist ja schwer zu sagen ich sage ich weiß es echt nicht also ich würde jetzt mal rein theoretisch tippen und echt in der höhle muss weil jetzt eins zu eins zusammenrechner brauche ich kohle oder eigentlich in höhlen wäre auch sehr unwahrscheinlich wenn es nicht so wäre ja klar eigentlich ist das relativ doch sehr wahrscheinlich weil eisensteine also stein mit eisen findet man auch oberflächlich das findet man ja auch nicht immer davon ab und wer ist schon oder man braucht oder in steinen drinnen vielleicht kohle aber dann dass man besondere besonderes bräuchte vielleicht eine eisenspitzhacke dattenstein durch das echt zukunft komisch aus wenn du hier die steine zerkloppt bei nur so schwarze bröckchen zwischendurch ja habe ich auch schon entweder das oder wirklich hülle egal was es ist ich möchte trotzdem meine hülle ja das auf jeden fall wenn wir verflucht werden was ich lustig finde ist ja immer aufgefahren voll so die riesen klötze die du so aufheben kannst naja das ist ja witzig ihr habt das raus was das macht nicht spaß ich weiß man es jedem halte ich übrigens auch stein reingetan hast du schon rausgeholt ja habe ich schon rausgeholt was stein in einer anderen kiste nach einer kiste habe ich hier wieder stein reingetan wollte nämlich eine treppchen bauen ja hier nicht hui danke ja klar ich brauche ach ne ich habe doch noch eine treppe da habe ich hier drin weiß es nicht habe ich nicht irgendwo eine treppe reingetan eine stelle ich erstmal her wir brauche ich ja nicht für nach oben zu kommen aber dreistöckig reicht oder erst mal ja 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 jetzt nicht ganz super übertreiben ich will zwar noch höher aber ich lass es lieber ja auf alle fälle das bringt herr du mich doch oben ja hast du bei der klatsche das ist ja kein geheimnis jetzt lasse ich zwei förder frei wird wieder also nicht zugebaut sind was das war hier ist es vernünftig hoch und runter kann so weit an der klatsche so ach du ziehst mich schon wieder Entschuldigung ich bin am freuten ich liebe wende juhu die wand macht spaß huu da waren wir knapp jetzt huiuiuiuiui ich muss nicht verbauen hast du da ich wollte mal einen schluck trinken gehen ne alles gut mal guck getrinkt da geht noch ich ich hab jetzt einfach ein schluck getrunken ja ich komme zurück da wäre schön doch ein bisschen weil das finde ich ja bei vorwestheit ziemlich gut was jeder egal in welche Ecke du gehst ne so ein bisschen so muss aber jetzt wer geben würde ja eigentlich Besorgung gemacht da sollte man ja eigentlich gehen nein ja ja geht auch wieder ohne gleich irgendwo hingezogen zu werden ja auf jeden Fall äh was finde ich halt hier ein bisschen sehr ja aber gut vielleicht kommt das ja dann ich dass das gleiche einstellen und die Stationsmittel lassen wir mal gucken ähm teleport to sendstorm ne kann ich nicht gehen gehen return to walking to moving mode from fly or ghost cheater aha okay das hilft mir nix das klar ist er hat sich das bis jetzt schade aber kriminellen schiffen aufbauen und in berühmt wird sieben mit Scherzer war beliebt ohne gleiche Menschen ja einstellbar sein viel zu leben 50 also kommen xp und der wird einstellen okay ja keine Ahnung ich dachte da könnte man vielleicht ja es ist auch nicht so dramatisch aber äh wäre natürlich äh schöner weil dann kann der eine sagen ich muss mal trinken ja ich dachte das wäre vielleicht äh könnte man das hier noch irgendwie nachträglich anschauen nein dass der eine sagt ich geh trinken du ich mach schon mal hier das und das fertig oder genau war gut man kann damit leben es ist jetzt nichts äh ungewöhnliches was man von anderen spielen nicht auch erkennt ja nicht das erste spiel mhm mhm wo du gezogen wirst mehrere ja oh es war immer ein bisschen nervig aber gut mal durch was jetzt halt nur schwierig ist man kennt den Radius jetzt natürlich nicht ne nö 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 dass das dir nicht irgendwie angezeigt wird dass du dich jetzt so n ähm Radius entfernst wo du besser wieder zurück solltest das wäre dann halt ein bisschen einfacher aber gut du kannst nicht alles haben genau so ein bisschen hier steine kloppen und dann leider noch ein bisschen für das dach ja mhm angemeldete Charakter bleiben in der Welt so aus unserem Tod ablegen jeder darf leichten plündern mmh mhm mhm umh mhm 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 da nicht schlimm selbst auch egal wir sind die ganze Zeit jetzt ganz gut damit klargekommen wenn man hat jetzt wohl auch noch hinkriegen oder n ich habe jetzt nur mal guckt ob ich dort auf die Stelle finde und ob man das kann er gut natürlich auch weiter erschreckt so erschreckt mich doch nicht so hier oben kommst du besser die Treppe kannst du mal gucken nur im 6 und das verkündet ist kurz kann ich hier wer brav hier stein am schleppen so kriege ich das jetzt hier nicht hin wieder das Problem wie beim letzten mal dass ich hier keine Ahnung nicht zu lange versuch das mal von oben hat ich mal gar nicht so einfach nee irgendwie was fehlgeschlagen muss ich das drehen jetzt geht es ich muss das aber drehen super und kann schon mal vorkommen aber ein bisschen ja ein bisschen ärgerlich so und wem braucht das geht doch der acht nur ein einfaches sieht genauso aus wie es vorher eingebracht habe nur das ist ein bisschen gedreht war also wir haben jetzt ein schönes domizil ich brauche noch holz deswegen konnte ich keine überherstellen jetzt ach schon wieder ich muss mal langsam trinken gehen trinken bist du und schaden ja ja so meine fackel auffüllen so ich begleite ich was trinken das finde ich gleich ja ist weg ja ich hatte vorhin nicht zerstört doch was ist ja ich sehe schon und auf mich zu da waren wir noch einer doch zettel irgendwas mit jäger krokodile ich sterbe fast der andere ist auch platt ja irgendwie verbrauchst du auch wenn du also wenn du kämpfst glaube ich wenn ich das jetzt richtig mit gekriegt habe ich muss bei jemand retten eigentlich sehr viel das ist sehr schade ja gut ich wollte bei ihm spoilt fleisch trocken das ist kurschen du hast es auch getrunken ja ich bin mal im konkurrenten Höhle für sowas deswegen ziehst du dich und und glaubt das war irgendwo ja ich werde so ganz anders aber vielleicht finden wir durch die dumme Zufall über der Exkursion starten doch eine ja also ich glaube jetzt auf die guten Präsenz mehr dafür noch mal kann dafür noch mal kann ich möchte ich den Zufall wieder sein können natürlich zu verlor er ist doch noch in der Linie ist so ich hätte ja sein können er schreckt mich so bin du ich ja du hast mich gezogen brauchst du nur den Zug zu folgen so wie du siehst nimmt ein Rav auf ein natürlich Stein am Sammel waren wir ja beide außer du was 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 auch ja nix ich weiß ich bin auf vorliegen ja endlich sie ist es mal ein endlich siehst du das mal ein aber ich muss mal eben bis jetzt schon verkraften damit ich mich wieder richtig bewegen kann ganz witzig weil ich habe die Sachen direkt unterwegs also ich laufe weil er bräuchte die nachher nur einsetzen ja eben muss viel bequemer und es wie ich dann nicht mehr so viel und es wie ich dann nicht mehr so viel doch irgendwo über da gehe ich was will ich aber ich ich meine die ich ich habe ich ich war ich habe ich habe die spitzhacke ist komplett nicht mehr sichtbar aber ich kann auch nix mehr damit abhacken auch komisch und vorsichtig morgen schon auf karneval auf karneval ich nicht fragen was ist schlimmer oma oder karneval ich weiß es noch gar nicht ist es ist aber beides gleich ist nicht in richtung lager ja und es ist nicht in einer richtung die richtig schaß ist weil ich komme jetzt nicht mehr weg ja super was denn jetzt nicht mehr weg ich sitze hier in der feldspalte gerade fest so jetzt nicht mehr kommen wir jetzt auch richtung lager wieder ich hatte jetzt so ein bisschen gesammelt aber meine spitzhacke ist schon wieder das zeiten das bin ich u m was denn welche ich schon verlaufen ich weiß gar nicht wo ich bin super sogar ja ja ich kann dass ich hier bei ihm Kassel ganz gut schlachten auch noch mal ich bin fast voll ich musste bei ihm kraften hier vorne ist unser lager in uns ich sag doch ich bin manchmal weil ich bin ich bin manchmal eben gut da wo das aber mittlerweile mehr ausgaben ach ja ich hatte das auch ein bisschen geschält ich muss was essen ich muss was essen das wäre sinnvoll weil nicht dass du nachher stirbst ne bin ich so gut so einfach steine da oben jetzt hingelegt ist ja egal so schnell was essen wo du die hinlegst ist egal hauptsache und da dran so vollgefuttert vollgetrunken alles voll jemand gesehen dass ich es über steine freut wie ich steine beide sind glückseligkeit ja für mich zumindest wir haben jetzt ein dreistückiges paradies gleich und das ist ja schön ich würde auch gerne so ein turm oder so machen dafür bräuchte ich die sachen oder so euch nur mit dächer jetzt mache ich den komplett zu weil jetzt ist fertig jetzt haben wir drei stücke ich hier sehr cool aus von hinten muss ich sagen ich glaube ich brauche nur einmal kurz mit der treppe so ein bisschen verbaut was ja weißt du doch es geht ja mal gar nicht so viel eine große klappe wo sind große klappe so ich brauche jetzt nur noch steile für dich und dann fürs dach oben und dann kommen noch feinheiten so nach und nach und nach ja ich glaube ich kann das nach nachher noch ein Deko dazu oder so oder so und das und das und hier passt gut die kiste rein oder so als wenn du Fein und Bogen hast weil hier ist ein Guckloch so gut und man sieht den Tempel den heiligen Tempel der Mira ah ja ja das ist doch unser Stamm wir gehören den Stamm der Mira an ich bin mal eben hier aus der Tür das sieht schon irgendwie fett aus ich bin nicht fett ich bin nur dick angezogen das sieht aber irgendwie geil aus was ist so unten so ein bisschen und dann so oben die ähm wieder keine Axt mach dir mal eine man muss einfach noch mal drauf achten die öfters zu reparieren nein ich hab die ja repariert die waren noch ganz die war komplett ganz ok und dann weg das habe ich aber das ist jetzt schon nicht das erste ach du ziehst mich schon wieder Entschuldigung mit dem Stein am Sammeln ich brauche ja noch viel Dach na also ok oh ne haben wir jetzt auch noch welche mit das ist halt sehr witzig also der Bau ist fast abgeschritten natürlich noch nicht dekoriert und fackeln kann ich ja noch nicht machen wir haben noch keine Kohle mhm auch dafür also diese Hänge fackeln ja ich weiß was was du meinst dann ich hätte immer mal Licht ein bisschen mehr dann könnten wir ein bisschen mehr auskleiden was wir von außen von innen sieht man vielleicht mal ein bisschen was mhm irgendwie geschissen irgendwann ich hab mich geschissen nein kriegen wir irgendwie noch so achso das ist bei dem Spiel hier nicht möglich das war arg nur kacken von sich das stimmt so lustig eigentlich eigentlich das Konzept war ja schon nicht schlecht also das hat mir schon irgendwie ein bisschen Spaß gemacht ja aber das ist nicht das Spiel eigentlich geworden was es hätte werden sollen ne das ist nicht das ist ein ganz anderes Spiel geworden aber du kannst auch verdammt geil bauen und das mag ich ja was ich übrigens bei Conan auch echt super finde dass ne Mod und also Modifikationsunterstützung ja das ist auch geil äh ist das nicht bei ARC auch? ja ja klar bei ARC auch ja ja aber eben halt auch hier bei Conan ist direkt von Anfang an gegeben hier ne Mod Unterstützung finde ich echt super ja es ist super ich glaub sogar seit Anfang an Entschuldigung bist du wieder zurück im Lager? ne noch nicht nicht ich lasse mich mal ziehen nicht immer Bauer und Steine holt ja ich hab jetzt da in den Strüpp-Steine einigen die dann hier ist es ist also was heißt in den Strüpp-Anhalt an den Felsen an den Felsen ne ich möchte nicht auch so die Munzer um ein Spiel das ist mir echt viel Spaß es sind noch nicht ganz so viele Mods vorhanden aber äh mir geht's noch nicht mal ganz um die Mods bin ich jetzt mal ganz ehrlich aber die kommen noch wie gesagt das Spiel ist ja noch gar nicht so weit ein Spitzdach aber das Spiel ist ja noch nicht so lange draußen äh es sieht pervers aus was oder was Mr. Goblin Mann ein Spitzdach ich möchte ein Spitzdach ich plädiere auf ein Spitzdach dann mach dir doch ein Spitzdach geht ja nicht kann ich noch nicht dann mach dir doch ein Spitzdach außer man gab's keine Spitzdächer damals das sind meine Fantasie das sind meine Fantasie was ich aus allem Spitzdächer her damals gab's noch keine Spitzdächer mir kack egal krieg ich trotzdem hin ich würde aber ein Felsdach aber meine Goblins gibt's auch nicht doch und die existieren hier halbwegs zum ich steine aber ich bin jetzt oben irgendwo ein bisschen hier des Lagash gleich bin ich tot die ist schon harschabig repariere ich meine Spitzhöcke das ist echt ein Besen mit Stil hm? mit Stil warum? gleich wieder weg ist so 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 sie so das das ja die die ist und eine teure Verkleidung in dieses Jahr verkleide ich mich einfach gar nicht ich hab da dieses Jahr löse zumal nicht meine Tochter war ja schon sauer ich muss aber wie du musst eigentlich gar nicht mehr diesmal hab ich da echt keine Lust drauf ab und an macht es ja ganz viel Spaß aber auf Dauer nicht dieses Jahr habe ich sowieso keinen Bock darauf ich bin eigentlich froh wenn ich rufe ich bin eh kein Klamentsfan es geht also ich sag mal es kommt immer drauf an wo du gerade bist es gibt Orte wo ich sag ach nee da will ich lieber nicht unter aber um so eigentlich so ich glaube wir kommen mal zum Ende die so vielen lieben Dank liebe Freunde wo ist die Fee die ist noch auf Reisen aus in welchem Haus ich bin hier im großen Haus aber noch ein bisschen Dach ja was soll die Tür denn hier ja da kommen noch äh auch Sachen hin sag doch das wird eine kleine Stadt guck hier oben ah ja gut liebe Freunde liebe Freunde das war es dann erstmal für heute in dieser Folge und ja vielen lieben Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein wir sehen uns tschüssi bis zum nächsten Mal bing kuuu 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 Vielen Dank.